Ja, Lazarus ist tot. Fast scheint es so, als hätte Jesus genau diese Nachricht abgewartet, bevor er sich auf den Weg macht, um die Freunde in Judäa zu besuchen. Die Neuigkeit von der schweren Krankheit war schon länger zum Jüngerkreis gedrungen. Aber keine Hektik setzt ein, kein schnelles Hineilen zum Krankheit. Jesus lässt sich Zeit und kommt am Ende an ein Grab. Trauernde Menschen erwarten ihn. Wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Lazarus, der treue Freund, ist bereits mehrere Tage tot. An ihm soll nun das Wunder geschehen. Lazarus, komm heraus! Er wird von den Toten auferweckt. Er kann den Verstorbenen wieder ins Leben zurückrufen. Und lapidar endet dann die Erzählung. Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Nein, möchte ich rufen. So einfach geht das doch nicht. Ich habe noch so viele Fragen an Lazarus. Lazarus, wie ist es mit dem Sterben? Lazarus, und wie ist es nach dem Sterben? Lazarus, wie ist es, wenn man wieder ins Leben zurückkehrt? Ich wollte das alles so gerne wissen. Es würde mir das Vertrauen erleichtern. Es würde mir vielleicht auch das eigene Sterben leichter machen. Aber ich bleibe zurück mit meinen Fragen. Und kann mich nur festhalten an Jesu Aussage. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mir klaut, wird leben, auch wenn er stirbt. Danke Ihnen. Danke Ihnen.